dann hätte ich gesagt machen wir mal die dinge da da ist das zeug ich weiß gar nicht mehr gemacht haben welches nicht komm schnapp sie dir attraktion turbulente wasserschlacht haben wir da eigentlich alles ja stimmt das war ja alles auf einem fleck das ding ist halt weil es halt musik ist ne musik spricht halt noch viel mehr leute an einfach sind glaube ich schon dass auf jeden fall hat zu dem micro viel bekannter ist als oder so hätte ich jetzt mal behauptet aber das trifft wahrscheinlich auch wieder so auf typisch asiatische länder zu vor allem weil gerade aloy ist ja eher westlicher charakter und hat so eine micro halt dann schon wieder asiatisch und schon bist halt einfach mal bei was sich wie viele milliarden fans leuten die wo das kennen ich kann es mir nicht abgewöhnen ich wenn diese musik her muss ich an alte disney film bedenken oder solche sachen oder so an irgendwelche alten dinge halt ich werde mich nicht dafür stellen aber das habe ich damals wie ich wie ich wie ich noch in der als ich in der schule war habe ich das mal nach gespielt also man spielt halt so einen scheiß man ist ein riesen fan von animes und alles weil da war eine freundin nebendran auf 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 ding halt und dann spielt mal den scheiß im ding man ist halt voll im anime hype und alles mögliche und sailor moon ist das einzige was man hat und keine ahnung was gut es gab natürlich auch noch andere dinge wie pokémon oder sonst irgendwas aber wir wissen dessen nachspiel warte das war es schon wow das war ja das habe ich jetzt einfach nebenbei gemacht man mein erster anime war sailor moon mein erster anime war heidi ich meine man wusste nicht mal dass es ein anime ist aber heidi ist ein anime ich meine unser klick ist sailor venus ich weiß gar nicht mehr so genau weiß ich nicht mehr was wir überhaupt gemacht haben ich war lustigerweise als ich in die abwahl war nie in irgendeinem pokémon shop weil ich meine nicht dass ich jetzt pokémon nicht ausstehen kann oder so aber ich hätte jetzt auch kein bedürfnis irgendwelche plushies oder so zeug zu kaufen du 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 saber rider war saber rider ein animal kam der nicht aus oder war es fast nur ein amerikanisches ding weil power rangers zum beispiel ist ja eigentlich auch auf gebauten über ja denn das kreis einen carmen rider Das ist ja eine exakte amerikanische Kopie von der asiatischen Power Rangers Variante. Da habe ich mal irgendwo eine Doku drüber gesehen. Das sind halt echt Szenen und ganze Filme oder ganze Serien sind oder 1 zu 1 kopiert worden nur ins amerikanische mit amerikanischen Schauspielern. Da sehe ich nämlich eher ein Ja mag bei Mary Poppins. Das kann man natürlich auch machen. Irgendwie ist das gerade ganz entspannt einfach so. Geradeaus ich kann euren Chat lesen. Muss eigentlich nichts dabei machen. Einfach nur irgendwo hinfahren. Rennen gedrückt halten. Ja ich eben auch nicht. Aber ich bin mal ein ich habe da mal was gelesen. Aber das kann natürlich sein, dass das gar nicht um etwas anders ging. Also man liest über die Zeit sehr viel. Ah ich bin bei Honkai Starry schon gespoilert worden. Diese Säcke ey. Es ist blöd wenn man ein paar Genshin-Seiten abonniert hat. Also die wurden dann auch Honkai Zeug zeigen. Säcke ey. Ich war ganz brav und habe nichts gesagt. Ja das war eher, das war auch meine Schuld. Ich meine das ist jetzt auch nicht schlimm. Habe ich jetzt eigentlich alles gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt einfach mich vor allem zum nächsten geportet und gehofft ich habe neue. Ich habe das nochmal gemacht. Kann das sein? Ja. Ich habe genau das erste nochmal gemacht. Sehr gut. Was ist das? Oh. Ich habe nie HSR gezockt. Einfach ausprobieren. Wobei die Frage ist wieder ob man Zeit dafür hat. Weil da kann ich zum Beispiel so wie Pieps verstehen die wo einfach gerade mehr Zeit haben für Genshin. Da brauchst du halt so ein Spiel nicht auch noch anfangen. Weil du in solches Spiel halt einfach unendlich viel Zeit reinstecken kannst wenn du Lust und Laune hast. Ich habe selber Reiter bei Japanisch. Der hat dann ein Auto mit der japanischen Flagge drauf. Das kann natürlich sehr auf Japanisch hindeuten. Also ich spiele Genshin auch nichts exzessiv für Pieps. Ja gut sie spielt auch nichts anders. Was sind denn eigentlich diese Dinger außen rum? Ich meine du kommst da nicht mal hin. Aber schaut cool aus. Ich meine da die Dinger, die erwischen dich doch eh nicht. Äh. Bonbons. Deko Elemente. Ja schon, aber keine Ahnung. Die sollten sie lieber benutzen um mich irgendwie zu fordern anstatt da irgendwie. Aber gut ist das Genshin. Man will ja auch nicht überfordern. Äh. So das da. Haben wir das überhaupt schon mal angefangen? Was war denn das? Big Bang. Zwitscher Ball. Wat? Alles Glammik in der Stein. Entfesselte Sohle. Da geht's los. Hätten wir lieber das gestartet. Wir ziehen übrigens dann auch mal bei Bladen ein paar Züge. Vielleicht kriegt man. Bei der neuen Aktion habe ich mir bei einem Teil dann abgemüht. Echt? Take it easy. Ich habe es gespürt. Jeder Schritt den du machst ist wie ein Kriegstanz. Wie schillernd wie berauschend. Hä? Hast du gekifft, Alter? Und das Schwert in Flammen über die Seiten des Gesichts streichst werden die Reflexe in deinen Pupillen zu einer Linie aus feurigem Rotgold. Ich glaube, der hat zu viel Drama ausgeschaut. Fußspitzen drehen um einen beeindruckenden Rhythmus auf, während du dich anmutig um die Achse der eigenen Barriere drehst. Nein, das ist Palme und keine Barriere. Angesichts der uralten hölzeren Stadtmauer oder der Armee aus Stahlriesen fangt ihr jeden Augenblick mit einer Schnelligkeit ein, die nicht einmal von einem Pinsel oder Futtererbrot eingefangen werden kann. Aber mehr Komplimente bitte. Kühnheit ist auch etwas, das ich bewundere. Es gibt keinen Zweifel daran, dass ihr sicherlich in meinen Seelen verwandert werdet. Nein, danke. Ich bin Levitain. Levitain? Ne, Lavente? Lafeinde? Lavente? Der Schwertänzer. Der Typ gibt einen komischen Namen halt. Ich würde gerne euren Namen erfahren. Levitain wird anders geschrieben. Hm? Boah, was für ein übertriebener Redestil. Es sind Palme und Sensoras. Obwohl wir wirklich ganz schön stark sind, äh... Lafeinte... Lafente? Ach, Alter, irgendeine Ente halt. Das, was du sagst, ist so kompliziert, dass Palme überhaupt nicht versteht, was das bedeutet. Bezeichnest du dich als Schwertänzer, wenn du gar kein Schwerträgst und nicht wie ein Tänzer aussiehst? Eine spitze Frage, Fräulein Palme und will mir mein Temperament auf die Probe stellen. Greifbare Schwert, sondern eine Klingel in meiner Seele als Waffe. Wenn der kritische Moment kommt, werde ich meinen Vakimut in alles Nützliche einbauen. Mich von den Fesselnäger bestimmten Kampfkunst befreien kann. Hä? Äh, was bedeutet in etwa... Wie wärs, wenn wir den einfach ignorieren und... Jaja, ich glaub, hab's verstanden. Lass uns einfach das Zeug machen. Los, 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 los. Tsch, 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 tsch. Hat jemand von nicht Ahnung von Druckern? Äh, kauf dir einen, wo du die Dinger billig bekommst. Und am besten der Einde, der sich selbst reinigt. Pfff. Was muss ich machen? Aufstellen, den Drucker entsprechen, die Eigenschaften der verschiedenen Bühnen anpassen. Gegner, um Wagemut anzusammeln. Reicht dein Wagen bestimmt, dass du ein Junge hälst? Das haben wir doch schon mal gemacht, oder? Also sowas ähnliches. Was sind Drucker? Die drucken. Kannst mir günstigen empfehlen, da nicht direkt eintrocknen. Pfff. So, machen wir weiter. Äh, Alter, das ist echt viel. Bei HP hat halt nur den Vorteil, dass man jede Patrone Tasche mit Rückknopf wechselt. Ja, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Es gibt ja, glaube ich, auch welche, wo du dann, ähm, die kannst du einschicken und bekommst dann eine neue geliefert und so. Äh, wen nehme ich da? Wenn wir sie gehen am Wagemut sammeln. Machen wir einfach unser übliches Ding einmal. Nimm also eineererererererererererererererer. Die wagen sind kaputt. Entfernt. Ja. Viele nur auf den Weg. Oh, okay, bleib. Genau. Ja. Ja. Und wir, wenn wir... Wärz. came hier. Ja, ja. Ja, ja. Hold the line, I see everything Quietly now Everyone hold it All I can need Hey Achso, die sterben, wenn sie ins Licht kommen Das ist ja lustig Oh, ist schon fertig Ist die Aufnahme schon gescheit für Selbstplay? Klar, hab ich gemacht Ich spare euch das Geld und hole euch keinen Drucker Das ist halt ein Problem, wenn du einen Drucker brauchst Ach, da oben ist die Belohnung Ach, sagst du schon her, wo krieg ich mein Zeug? Ne, ich brauch halt vor allem immer wieder Drucker, weil ich Rücksendungen und so Zeug ausdrucken Wobei es natürlich auch digital gibt, wenn du es abgibst, aber Alter, lass mir jetzt doch mal was machen Ihr scheiß Spastis, Alter, irgendwie hat jetzt irgendwie nichts funktionieren wollen Achso, der Spastis ist ja auch dabei Achso, der Spastis ist ja auch dabei Fertig Ja, aber ich geb's meiner Mutter meistens mit und die macht das immer Oder ist da eher Kaffeein von Ähm, danke, 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 ihr komischen Wassertropfen Gute mal mit Adrian Okay, danke, ihr wisst ach so ich habe kein ding mehr klein nervsinn Und schwupp die Wupp. Fertig. Äh, dann sind wir doch jetzt da komplett durch, oder? Ja, ne, fuck, es war ja noch eins. PUNCHING BACK, ja, und er ist eher der erste, der fragt. Jetzt schau, dass er wegkommt, die scheiß Nervenzirgen. Zack, 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 zack. Äh, der sagt, lebt er noch. Ja, das ist ja, guten Abend. Das muss ich am Schluss nicht mal alle von vorne prüfen. Dafür gibt es doch dann dieses Symbol, damit du diese Geokulose und Animokulose und Kulose, 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 was weiß ich, wie die Scheißdignale gekreisen haben. So, jetzt haben wir den Käse. Äh, jetzt fehlt bloß noch das da. In 25 Minuten kommt Kea Hangout. Das wird wahrscheinlich auch eins der Dinger, die ich nie anfassen will. Was, wenn du besonders viele Genshin-Queste machst? Was? Hä, ich mach schon ganz gut welche. Ich hab' schnell ein Abo da gelassen. Dankeschön. Warte mal, ist das nicht die andere? Nee, doch? Nee? Nee, die andere hat den Hut auf. Hast du ne Schwester? Wie lange geht das Klee-Event von Genshin? Den ganzen Patch, glaub' ich. Also, letztes Wochenende waren, glaub' ich, 32-Tage-Tagsstand oder so. Ich bin Basima, eine gelehrtete Lebenskunde. Ich bitte euch nicht überall wegzugehen. Spannt euren Körper, lehrt euren Geist und hört mir zu, während ich eine wichtige Sache sage. Nur den Geist lernen, nicht den Körper lernen. King ist der niedlichste. Ich kann ja den Enthusiasmus nicht ganz teilen. King ist zwar schön, aber, Fräulein Basima, du bist doch eine Gelehrte, oder? Würde eine so weitreichende Aussage nicht zu einer sehr hitzigen Debatte führen? Äh, Palmon hat den Eindruck, dass Gelehrte sehr sorgfältig auf ihre Worte achten. Wenn Palmon auch zu ihnen gehören würde, würde Palmon nicht da einfach behaupten, dass, ähm, goldene Garnelenhäppchen die leckersten wären. Der Palmon isst doch alles. Dazu geh, guten Abend. Man muss einschränken, etwas hinzuzufügen, wie in letzter Zeit sehnt sich Palmon bei der Lierküche am meisten nach diesem Gericht. Äh, Palmon ist am niedlichsten. Awww, warum so plötzlich? Ja, du kriegst immer genug ab. Würdest du immer sein, nicht so laut? Äh, genau das habe ich gemeint. Eben mein Gelehrte bringen will ich nicht jeden Moment meines Lebens in einer Debatte verwandeln und das Gefühl haben, dass ich kein Wort falsch sagen darf. Nicht so, dass ich jeden Moment beobachtet werde, bleibt völlig unbenommen. Ja. Versuchen wir es doch mal. Jetzt wird gefinkt. Oh, was ist das? Musst du nacheinander mehrere Zwitscherbälle werfen, gib dein Bestes und sorge dafür, dass alle Zwitscherbälle im Bereich für hohe Punktzahlen landen. Oh, cool. Wenn die Wurfrichtung fährst du länger Energie für den Wurf zu sammeln, lass dann die Taste los im Zwitscherbälle. Wenn wir von dem Schiss dann kommen wird das Wurf etwas ungültig gewertet. Okay. Ich habe jetzt nicht wirklich gecheckt was abgeht, aber... Außer, dass ich es halt... Wow. Da hast du mir das Tischspiel aufgebaut. Also ich soll das da oben halt hinbringen. Oh. Da muss ich ein wenig länger gedrückt halten. Hä? Das lädt sich gar nicht auf. Was ist denn das für ein Scheiß? Ah. Ah. Okay. Das geht schon besser. Hm. Das müssen wir nochmal machen. Ähm. Das ist das letzte Minigame. Na, nur vier. Boom. Da. Knapp. Das ist doch noch ein bisschen mehr oben drüber. Verdammt nochmal. Herausforderung gewesen. Ich habe es. Ach so, vier ist gut. Oh. Klebezwitscherballer. Besonderlich und freundlich aussehender Zwitscherballer. Ah. Okay. Der bleibt dann hängen. Uh. Oh. Das ist nicht geil. Ähm. Ja. Okay. Wir gehen dann eher in die Richtung. Und... Ja. Habe ich noch alle ins Ding gebracht? Ist voll stark. Ist wie so ein Minigolf. Der zieht die an. Wuhuu. Ja gut. Aber jetzt ist es ja wieder einfach. Einfach so. So ungefähr. Abbraller und ins Ding. Nein. ��ss. Passt. Da, das war nicht so geil. Aber wir sind schon bei 12, also ist ja alles egal. Und... boom aber gut es macht schon fast so einfach das ist wohl ich habe keine ahnung was bonus ja mir ging es halt darum dieses das ding anpassen und halt hinschießen ja aber stimmt ja dieses bowl ja wahrscheinlich eher ich denke mal ich weiß was du meinst aber ich habe keine ahnung wie es heißt na jetzt würde ich gerne den anderen auch reinbringen das ist einer zusammensaugen nein du hund zu wenig das was ich nicht so auf mir sitzen alle alter genau mit ich dafür würde extra punkte haben ja jetzt sind noch als vier weil ich die roten streifen berühre sehr schön so und jetzt müsste ich den ein wenig mehr power geben und in die mitte nein er ist abgeprallt nein fuck you scheiß finken alter das geht nicht das kotzt mich jetzt an ja irgendwie kriege ich den nicht dahin wo ich ihn hinhaben will das ist nicht so geil so vielleicht er prallt da ab okay schon besser aber nicht perfekt wieder windflucht haben ne windflucht habe ich das letzte mal nicht mehr gespielt ja windflucht fand ich bloß am anfang geil und dann irgendwann nicht mehr uuuhh das ist ja lustig so vielleicht haben wir einen blauen ach so wir haben fünf okay als drittes kommt ein blauer warte mal wenn ich jetzt hier gerade mache ja wirklich an der ecke hängen geblieben das ist sehr blöd ich meine jetzt kann ich hier aufgeben das schon ja ich könnte aber eigentlich auch ich könnte es anders machen oder mal ach so es gibt ja noch einen ja ja egal eigentlich wow jetzt komme ich mitten durch alter fuck you warte ich habe elf mehr geschafft ach scheiß dann wollen wir das nächste da gibt es zu viele das hat auch die ecke kaum berührt man da in your face du scheiß spiel jetzt wenn ich den da oben trifft könnte ich dann mit nine kicken ne wow jetzt habe ich es eher geschafft den rauszuziehen ja das war ja mal geil ein punkt ich dachte ich habe da alles oh ja ich habe nicht gesehen dass man zwölf punkte braucht also na warte war das der ja ja ich habe ich war immer bei zehn denkbar ja passt schon aber stimmt weil mal ne war das das überhaupt nicht das war das gerne nein nette raus bei welchem war es das ist das ist das okay wir machen es jetzt anders wir machen einfach alles dadurch nein das ist dumm aber hat funktioniert ja so Ja, zauber. Tja, dämmliches Ding. Ja, das ist schwer. Ah, nein. Zählt er das? Äh, äh. Es ist beschissen, das zu machen. Das ist, weil dieses blöde hin und her, hin und her, man müsste das selber einstellen können und nicht so aus Glück irgendwie richtig treffen. Nein, ich wollte... Alter. Oh. Cool. Ah, der bleibt an der Ecke hängen. Aber gut, der geht da runter, der zählt es nicht, ne? Sehr gut. Wenigstens das sind sie, das sind sie verzeihlich. Okay. Vielen Dank. Ah, nein, 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 der erwischt die unten nicht. Oh, Gott sei Dank. Sonst gibt es noch eine, oder? Ja. Oh, das schaut lustig aus. Vanitas ist große Figur. Hm. Nein, das war scheiße, es bleibt an der Ecke hängen. Ah, okay. Also, wir sagen mal so, wir haben es geplant so, also ich habe es so geplant, ich habe das genauso berechnet, damit es so und so geht und dann so und dann geht es ins Rote. Das, 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 aber wie scheiße, dass das gelaufen ist, war nur um euch abzulenken. Scheiße. Nein, ich habe den wieder raus. Aber dafür ist ein anderer drin. Wow. Oh, das ist ein blauer. Ah, wenn der wieder scheiße fliegt, habe ich verloren. Nein. Okay. Ich habe noch einen. Damit kann ich es nur schaffen, wenn ich... Woa, geschafft. Das war auch so geplant. Das ist alles so geplant. Oh. Du, 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 du. Ich meine, seht ihr denn, ich habe hier sogar ein Maßband extra, um das alles auszumessen. Kannst du eigentlich mal einen Meter eigentlich hin? So. Komm und schnapp sie dir. Ah ja, scheiße. Den müssen wir ja auch noch machen. Ein paar fehlen noch. Aber jetzt bekommen wir die Ding. Yay. Oh mein Gott, wir haben Leila. Ach so, warte. Die habe ich schon länger. Ein Hochgenuss der Planung. Ja, genau das. Das haben wir ja komplett fertig. Das haben wir jetzt komplett fertig. Die Attraktion haben wir komplett fertig. Jetzt müssen wir bloß noch den Käse machen. Also 19. Ich meine, ich werde ihn nie spielen, aber wenn wir den Mist schon bekommen, würde ich ungern riskieren, dass wir das irgendwann mal... Ja, was heißt riskieren? Das ist nichts riskieren, aber ihr wisst, was ich mache. Man will es halt schon haben, wenn es kostenlos ist. Ansonsten muss man es ja später kaufen. Was war denn das blöde Ding nochmal? Das da, ne? Kriegst du ja... Ist Leila oder Diona besser? Ich finde die beide ganz cool. Na, ist Leila oder Klee ziehen? Ja, Leila habe ich ja schon. Und Klee habe ich ja das letzte Mal probiert, aber... Ja... Die wollte nicht. Musse ich doch die Kisten machen, damit ich mehr Pumpe kriege. Ja, Leila habe ich ja schon.